Aufgrund der schmalen Straßen auf Mallorca und dann noch links und rechts kleine Mauerstellen ist mein Dienstauto hier eigentlich unangebracht. Heute habe ich es eingetauscht übers Wochenende für zwei Twingos, mit denen ich mit Freunden zum Golfplatz fahre nach Antratsch. Natürlich machen wir uns zuerst bei Luigi breit und warten auf Bernhard aus Bad Kissingen. Um die Wartezeit nützlich zu nutzen, haben wir uns bereit erklärt, eine kleine Fahrrunde über den Golfplatz zu machen. Fahren tut uns ein GoPro Lehrling, der seit dem 1. Februar aus Hofoberfranken hier auf Mallorca angekommen ist und eine Art Golflehre macht. Er lernt hier die Schläge und er lernt auch, dass der Golfball rund ist. Er lernt das Einlochen und alles was dazu gehört. Ob er diese Elektro-Cars auch noch repariert oder die Bälle einsammeln muss oder Rasen mähen, das hat er uns nicht verraten. Aber er lernt es und ich bin sicher, dass dieser Beruf ihm schon einiges Geld in die Kasse spielt, wenn er es richtig mag. Ich habe mich gefreut, dass ich ihn kennenlernen durfte, gerade weil es auch ein Franke ist, da meine Bindung zu Franken gerade im nördlichsten Zipfel von Bayern sehr stark ist. Und ich wünsche ihm alles Gute und viel Erfolg in seiner beruflichen Laufbahn. Laufbahn.